Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Orange. Wir wollten von so einem komischen Typen ins Versteck rein. Jetzt ist halt das Ding ein bisschen direkt oben drüber. Na also das sind doch schon die ersten Schmalspurgern oben. Die stehen leider wieder viel zu schnell auf. Jetzt ist ja die Frage, kommen wir einfach durch die Tür rein oder wie kommen wir da überhaupt rein? Ihr Arschlöfer, könnt ihr mich nicht einfach mal irgendwo meine Arbeit machen lassen? So. Wie kommen wir da jetzt rein? Können wir einfach durch die Tür? Genau, das war einfach. Das war einfach. So. Gucken wir da irgendwie eine Geisel, die Alice. Schauen was da ist. Hm, das ist auch ganz cool eingerichtet. Gut laden. Ja, ich habe verstanden. Ja, ich habe verstanden, Sir. Ja. Nein, Sir. Natürlich. Und das macht sich wahnsinnig. Hm, hm, hm. Ich kann den Typen jetzt anhaben. Oh Junge, der ist ja voll klein. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Oh, ich kratze gleich. Ich kratze, ich kratze, ich kratze, ich kratze. Der letzte. Bam. So, Herr Heller. Da bist du. Wie wunderbar. Es ist wahrhaft eine Ehre, deine... Wo ist das Mädchen? Wovon redest du da? Ausgezeichnet? Dann weißt du ja, warum du hier bist. Wovon redest du da? Oh, vielleicht sind wir ja doch nicht auf demselben Stand. Oh, und berichtigen wir das? Tic-tac, die Zeit läuft. Das frage ich mich auch gerade. Oh, zum Teufel bin ich. Oh, das wird er den Namen Alice erklären. Oh Junge. Zum Teufel. Hä? Er könnte Alice besser beschützen als Batman, höchstpersönlich. Ja, weißt du was, Nick? So. Okay. Das ist echt, das hatte ich damals noch nicht gemacht. Was ist denn das? Ja, gut, wahrscheinlich kann ich trotzdem einfach... Ja, ich bin tot. Okay. Oh Junge. Dann machen wir uns immer hier ein bisschen weiter, ne? Hm. Ja, gut, ne? Wo muss... Ja, aber ich kann ja hier problemlos eigentlich auf dem Boden, ne? Ja. Ein ziemlich großer Rabe. Alles ganz normal. Alles ganz normal. Bin ich tot? Nein. Oh je, oh je, du scheinst ja ganz verdreht zu sein. Wo geht es raus? Wo geht es rein? Oh je, oh je, du bist ganz allein. Ist wahrscheinlich da, wo der Typ da oben ist, ne? Okay, was zum Teufel? Das hat ja irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Schau dich an, beweg dich im Kreis. Denk dran. Links ist rechts und oben ist unten. Oder was rechts ist unten und links ist oben? Äh... Wie er es sich über mich lustig macht. Ja gut, das da, hier war man ja... Der verarscht mich. Ich kann auch nicht weiter hinter. Ich scheine irgendwas nicht ganz zu verstehen. Okay, gib mir einen Tipp, man. Richtig... Schau dich an, beweg dich im Kreis. Denk dran. Links ist rechts und unten und links ist unten. Was ist das System? Was ist das System? Ich verstehe das System nicht. Schau dich an, beweg dich im Kreis. Denk dran. Links ist rechts und oben ist unten. Oder was rechts ist unten und links ist unten. Oh Mann. Ja gut, also ich glaube, ich muss... Beim ersten Mal muss ich, glaube ich, hier lang, weil das sagt er mir nichts. Wenn ich durch die anderen Türen gehe, dann sagt er mir, ja, nah dran, nicht nah genug. So. Aber halt danach, ne? Auch falsch. Okay. Das heißt, es geht hier lang. Guck mal, komm ich da raus. Guck mal, komm ich da raus. Was ist das System? Die check's halt echt nicht. Und ich weiß nicht, was der Typ da oben zu bedeuten hat. Rechts und oben ist unten. Oder was? Rechts ist unten und links ist oben. Da muss ich einfach nur lang genug, ähm... die Tür nehmen, die der nimmt. So, so. Du hast es also geschafft. Okay, tatsächlich. Aber es hat dich angestrengt, oder? Hat dir Willenskraft genommen? Hm, 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 hm. Die Gedanken werden schwer. Du kannst kaum noch die Kontrolle behalten. So schlimm ist es nicht. Bald. Bald. Ah, vorsichtig. Hier unten gibt es nicht nur Blumen und Tee-Partys. Im Wunderland gibt es sogar ziemlich in den Reaktionen. Da kommt das Beste und das Schlechteste in uns zu forschen. Keine Sorge. Alice ist in guten Händen. Noch Tee. Oh, Mann. Oh, Mann. Der Typ macht mich ein bisschen wahnsinnig, ey. Was soll ich denn nochmal machen? Sie hat's erfasst? Oh, Mann, ey. Ich bin tot. Ah. Ich bin mal gespannt, was er jetzt mit dem Spruchloch lässt. Oh, fabulöser Tag. Trallot, tralla. Du, kleiner, dreckiger. Okay, soviel zum Thema. Wir machen heute noch ein bisschen Story, ne? Das ist dann wohl eine größere Nebensache. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Ähm. Kriegen wir aber hin. Ich meine, ich wollte eigentlich noch einen Schluck trinken, aber die müssen jetzt erst mal rauskommen. So, du kannst mich mal. So. Bam. Der mit dem Scheißmesser, ne? Der muss weg. Okay. 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 Ist er taunen? Nein. Haben sie wieder nicht gelassen, ey. Ihr könnt mich alle malen. Ey, du legst das Messer weg. Ihr könnt mich alle malen, ey. Legt das Messer weg. Ihr ein Scheißmesser, ne? Bam. So. Vielleicht war's das jetzt, ey. Sieht so aus. Das ist mir ein wenig... Du fragst dich bestimmt, warum ich dich hier heruntergebracht habe. Es ist so. Ich habe ein Wundergerät erfunden. Eines, das gehorsam erzwingt. Das ist ja schön und gut. Oh, Junge. Oh, Junge. Das bringt uns zum hier und jetzt. Du bist mein Pounty-Dounty-Batman. Dein Verstand zerbricht. Und wenn ich die Stücke wieder zusammensetze, bist du mein. Für immer. Für immer. Die Anzicht, da habe ich eigentlich prinzipiell überhaupt nichts zu melden, ne? Was ich halt machen könnte. Ja, ist ja ganz cool. Ne? So, hat das jetzt funktioniert. Okay. Ich widerspiele plötzlich 2DS. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber das finde ich durchaus cool. Ich mag's so. Ich mag, wenn... Ja, kannst loslaufen. Ich mag das, wenn das plötzlich so crazy wird, ey. Und nochmal haben wir jetzt eine völlig neue Mechanik und dann 2D und alles. Das ist cool. Wusstest du, dass sich die Zeit hier in sieben verschiedene Richtungen bewegt? Aber du begnügst dich mit einer vorwärts. Immer vorwärts. Wie langweilig. Ja, ich mag's auch ganz vorwärts geht. Warum müssen wir also nicht mal zurück zu gehen? Willst du mich ärgern? Ärgerst mich hier nicht. Das sieht doch... Das sieht doch gut aus. Na jetzt wieder nicht mehr. Es geht doch noch immer weiter. Ich hab gedacht, hier wäre irgendwie jetzt... Ah, guck mal. Sag mir was du siehst. Sag's mir. Sag's mir. Sag's mir. Sag's mir. Sag's mir. Ist das gruselig? Na nicht wirklich, ne. Ich hoffe, es erschreckt dich zur Tode. Nein. Nein. Das ist falsch. Völlig falsch. Völlig auf den Kopf und umgedreht. Und falsch, 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 falsch. Was macht der da? Der verwirrt mich der Typ. Der macht mich dezent wahnsinnig, ey. Der macht mich dezent wahnsinnig, ey. Was haben wir denn da? So. Jetzt können wir das so aufmachen. Dann können wir da hoch. Dann können wir hier weiter. Hey, ich mag das. Das ist cool. Aufhören. Sofort aufhören. Du kannst dich gewinnen. Nicht du. Ich habe die Kontrolle. Du spielst nach meinen Regeln. Du und Alice. Tu, was ich sage. Tu sofort, was ich sage. Wieso sollte ich? Weil du mich in eine Uhr gesteckt hast, oder was? Das hat mir was gebracht. So. Was bringt mir das? Okay. Okay. Du, was da ist der Stück. Meine schöne Tea Party ist ruiniert. Der Tisch ist aufgeworfen und alle Kasten sind vor. Sollte es gehen. Hilfen Sie mir! Er kann, er wird. Er muss nun gehen. Er kann, er wird. Er muss nun gehen. Er kann, er wird. Er muss nun gehen. Jetzt mal im Ernst. Ich will dich nicht sehen. Okay, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Die Polizei ist auf dem Weg. Ab jetzt wird alles gut werden. Nein. Wird es nicht. Das ist jetzt alles, was die mir sagt? Das ist alles, was die mir sagt? Ich hau ihn kaputt. Und die so. Nein. Das wird nicht alles gut. Was ist da los mit dir? Dass sie sich nicht freuen. Oh, du hast mich gerettet, Arschloch. Klingenducken ausschalten. Durchbrüche. Das kann verdoppelt sich. Die Schaden des Konters zu dem steigern. Oh, das ist doch eine Ansage. Ach so, das habe ich irgendwie schon. Hey, Moment. Nee, habe ich nicht. Das hier kann ich freierschalten. Kampffansagen. Ich will nicht unterstützen. Wente. Steigung des Widerstands. Oh, das ist gut. Okay. Kann ich mit dir irgendwie reden? Alice? Ein frites Mädchen? Nee, ich kann nicht mit dir reden. So. Aber der interessante Teil ist, hier drin ist ja so ein Datenpaket. Das werde ich mir holen. Das werde ich mir holen. Muss doch hier irgendwo sein, dann. Geht halt im Tresen wahrscheinlich, oder? Something's not right. Ich gehe hier nicht ohne das Ding raus, ne? Das ist da oben in dem... Ja, guck mal. Na, also. Na gut, dann haben wir irgendwie doch irgendwas hier im Part noch erreicht, ne? Das ist doch auch was. Das ist doch auch was. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für diesen Part. Bleibt mit Arkham Allenschance. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.